Wie würdest du als Trainer mit dir selber umgehen? Ich hätte einen Riesenspaß mit mir selber. Das habe ich noch nie gesehen. Der war ja auch noch dazumal, 2007. War noch ein bisschen kleiner. Kurz vor dem ersten Weltfußball des Jahres. Auszeichnung sozusagen. Und der war so ein Traum. Bei dem angekommen ist der hingefallen. Und dann der Schiri hat mir keine Gelbe gegeben. Das gibt's ja nicht. So geht's. So. Gibt's ja nicht Schiri, gib ihm eine Gelbe. Unglaublich. Also eine Persönlichkeit wie... ... ... ... ... ...